Musik Vor einigen Jahren kam ein Buch auf den deutschen Markt, das schon alleine durch den Titel aufgefallen ist. Der Autor ist Thilo Sarrazin und auf dem Umschlag dieses Werkes ist zu lesen, Deutschland schafft sich ab. Naja, mächtig steile These, die der Herr da 2010 vorgestellt hatte. Und das Buch war noch gar nicht richtig auf dem Markt, da hagelte es schon Kritik von allen Seiten. Ihm wurde vorgeworfen, mit antimuslimischen Stereotypen zu argumentieren, ein krudes Werk voll wirrer Ideen und Fantastereien. Also nichts, was ein bewusster und aufgeklärter Bürger dieser Republik ernst nehmen sollte. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Deutschland geht es doch hervorragend. Tolle Wirtschaftszahlen, volle Auftragsbücher, niedrigste Arbeitslosenquoten. Also wo ist das Problem, Herr Sarrazin? Tja, und mittlerweile sind fast zehn Jahre vergangen und da bietet sich doch mal die Gelegenheit zu schauen, ob er mit seinen Thesen richtig oder falsch lag. Eine kleine Nabelschau auf unser Land sozusagen und die Menschen, die dort leben. Was läuft hier eigentlich wirklich ab? Gibt es Vorgänge, die bei uns anders laufen als in anderen Ländern? Und die simple Antwort auf diese Frage ist, oh ja, aber sicher. Und diese Tatsache springt jedem mit einem nackten Arsch ins Gesicht, wenn er sich auf die Suche macht. Also wo wollen wir mal anfangen? Gehen wir doch mal in die Chefetage von Bayer, also dem großen Pharma- und Chemieriesen. Irgendjemand dort in der Chefetage ist irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen, dass man doch den großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt namens Monsanto kaufen könnte. Das wäre doch eine gute Sache, haben sich die Herren in Leverkusen gedacht. Wir schlucken einen großen Mitstreiter und können dadurch noch mehr Gewinn machen. Eigentlich auch eine gute Idee, wie sie schon oft praktiziert wurde, aber wenn man sich die Entwicklung der Bayer-Aktie seit dem Kauf von Monsanto anschaut, dann sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. 60 Milliarden Wertverlust musste Bayer wegstecken, weil, und das kam total überraschend, also völlig aus dem Nichts, weil eine Klagewelle aus Amerika den Konzern mit Schadensersatzforderungen überzogen hat. Und das Zauberwort heißt in diesem Fall Glyphosat und das ist ein Unkrautbekämpfungsmittel und Gegenstand von unzähligen Gerichtsverfahren, bei denen Menschen, die jahrelang mit diesem Mittel gearbeitet haben, jetzt um eine Entschädigung kämpfen, weil sie massiv erkrankt sind. Und dieses Gift lässt nicht nur Unkraut absterben, sondern auch noch die Bauern mit und seit Jahren wird vor Gericht darüber gestritten, ob das wirklich so ist oder nicht. Und genau in dem Moment, als Monsanto zu Bayer überging, wer hätte das gedacht, ging die Klagewelle so richtig los. Was für ein Zufall. Also Monsanto zu kaufen war der gleiche ökonomische Blödsinn, wie zwei komplett asbestverseuchte Wolkenkratzer inmitten von New York für 99 Jahre zu lesen. Das würde auch kein vernünftiger Geschäftsmann machen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Bis vor wenigen Jahren war die Autoindustrie in Deutschland eine der wichtigsten Säulen der Wirtschaft und Marken wie Audi, Mercedes, BMW, VW, die waren auf der ganzen Welt für die hohe Qualität bekannt. Jeder siebte Arbeitsplatz hängt mit der Herstellung von Autos zusammen, der Deutschen größtes Heiligtum. Und wer mal am Samstag bei den Waschstraßen vorbeischaut, der bekommt einen ganz guten Eindruck, wie wichtig Autos für manche Besitzer sind. Wenn da mit Zahnbürsten und Spezialschaum die Felgen geputzt werden, wenn die Karosse auf Hochglanz poliert wird, kann man da alles gut sehen. Aber doch auf einmal sinkt dieser glorreiche Stern in einem Strudel aus Korruption und Datenfälschungen. Denn wir erfahren davon Hardwaremanipulationen und eine ganze Branche fängt plötzlich an zu taumeln. Die letzte internationale Automobilausstellung, die IAA in Frankfurt, die war eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass die deutsche Autoindustrie auf dem Abstieg ist. Denn nur noch ein ausländischer Aussteller war dort vor Ort. Was also einst das Aushängeschild von Deutschland war, das verkommt irgendwie zur Regionalveranstaltung. Offensichtlich haben die anderen Autohersteller kein Vertrauen mehr in den deutschen Markt. Und ja ehrlich, auch von Seiten der Politik sehe ich keine wirklichen Bestrebungen, diesen Trend jetzt umkehren zu wollen. Im Gegenteil. Denn mit dem Fokus auf Elektromobilität wird eine ganze Branche an Zulieferern einfach wegfallen. Deren Auftragsbücher, die sind jetzt schon leer und das große Sterben von Ausrüstern und Autohäusern, das hat jetzt schon begonnen. Das habe ich neulich erst in der Zeit gelesen. Konkrete Zahlen, knallharte Fakten. Und das wird interessant zu beobachten, wie sich das in der nahen Zukunft entwickeln wird. Den Trend kann ich jetzt schon erkennen, dazu braucht es auch gar keinen Fachmann. Und weil wir gerade beim Auto sind, warum ist Deutschland eigentlich das einzige Land auf der Welt, in dem es kein Tempolimit gibt? Kann mir das mal jemand mit vernünftigen Argumenten erklären? Bislang ist nämlich jeder Versuch, es einzuführen, schon im Ansatz gescheitert. Nichts scheint diese Politik ändern zu können. Und da frage ich mich doch, warum es auf der ganzen Welt kein Problem damit gibt, nur bei uns kann man sich damit nicht anfreunden. Österreich 110 kmh, Schweiz 120, manchmal 130 kmh, USA 75 Meilen pro Stunde, also auch circa 120. Wieso also nicht bei uns? Und ich hätte da eine steile These, aber vielleicht ist da was dran, ja? Ich musste neulich darüber nachdenken, als ich von einer Amerika-Reise zurückkam. 1300 Meilen bin ich in einer Woche an der Ostküste unterwegs gewesen, also mehr als 2000 Kilometer. Und es war ein ständiges Fließen und Gleiten. Alle fahren fast gleich schnell, überholen mal links, dann wieder rechts. Man kann die Spur wechseln, ohne dass man das Gefühl hat, gleich von der Straße gedrängt zu werden. Also wirklich entspanntes Fahren, viel weniger Stress. Und dann fahre ich von München nach Leipzig auf der A9 und ich sehe im Rückspiegel drei Tiefflieger mit einer affenartigen Geschwindigkeit anrauschen. Ich kann gerade noch die Spur wechseln, dann waren sie auch schon da. Ein Audi A7, zu, an der Spitze, dicht gefolgt von der Mercedes SLK und dann noch ein BMW X6. Alle mindestens 220 zu 40 kmh im Jagdmodus und die haben dann sogar noch beschleunigt. Ja, jetzt werden einige sagen, ja und, die Straßen sind doch gut, da kann man doch auch so fahren, was soll's also? Aber es geht doch nicht darum, ob man so schnell fahren kann oder nicht, sondern was solches Rasen mit den Menschen macht und vor allem mit denen, die nicht so schnell unterwegs sind. Deutsche Autobahnen fühlen sich für mich oft an wie eine Rennstrecke, wo ständig um die besten Plätze gekämpft wird. Jeder Platz zählt da, nicht nur bei hoher Geschwindigkeit, sondern sogar im Stau, wenn man einfädeln muss. Also meine Spur ist zu Ende, ich setze den Blinker, ich will nach links, die Lücke ist schon fast groß genug, ich will eigentlich rüberziehen in der Annahme, dass der andere Fahrer leicht bremst oder einfach nur vom Gas geht, um mich reinzulassen. Aber was passiert stattdessen? Habt ihr alle schon hunderte Male auf unseren Straßen erlebt? Der andere Fahrer beschleunigt und schließt die Lücke, verhindert bewusst das Einfädeln, obwohl sogar ein Schild an der Seite steht mit der Aufschrift, Einfädeln lassen. Wieso? Wieso ist das so in Deutschland? Ja und meine These lautet, dieser Stress und Kampf auf den Autobahnen soll sich auch auf anderen Straßen und damit auch auf unser Leben und unser Verhalten übertragen. Das ist meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt seit 1988 den Führerschein und ich bin durch so viele Länder mit dem Auto gefahren, aber nirgendwo ist es so nervig wie hier. Sogar ein Palermo in diesem riesigen Chaos fließt der Verkehr einfacher und stressfreier. Da war ich neulich erst und habe es wieder bemerkt. Der deutsche Autofahrer, eine gestresste und egoistische Spezies. Ja und zu deutschen Autobahnen, da gibt es noch eine tolle Besonderheit. Fällt es euch ein? Eine Idee, was es sein könnte? Kleiner Tipp, was müsst ihr kaufen, wenn ihr nach Österreich auf die Autobahn wollt? Richtig, eine Vignette. Es kostet Geld, über die Autobahnen in anderen Ländern zu fahren. Nur bei uns nicht. Das ist doch merkwürdig, oder? Deutschland ist zwar nur das viertgrößte Land in der EU, aber durch seine zentrale Lage ist es das größte Transitland und unzählige Pkw und Lastwagen durchqueren es jeden Tag. Wieso dann keine Maut auf deutschen Autobahnen? Eine Plakette, 50 Euro im Jahr und wer keine hat, zahlt Strafe, so wie überall auch. Ohne große Mautstellen, ohne Überwachungsanlagen, einfach ein Sticker, Patsch auf die Scheibe. Aber was macht unsere Regierung in Form des bayerischen Verkehrsminister? Eine Maut nur für Ausländer, die, oh welch Wunder, vom Europäischen Gerichtshof verboten wird. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, dem das alles etwas seltsam vorkommt. Jedes Jahr gehen uns dadurch hunderte Millionen Euro flöten, wenn nicht noch mehr, die wir eigentlich wieder in die Instandshaltung der Straßen setzen könnten. Aber es will sich keiner dazu durchringen, es auch endlich mal umzusetzen. Wieso nicht? Kommen wir zum anderen Thema, das in meinen Augen genauso seltsam ist. Der Abbau der Energieversorgung ohne sinnvolle und durchdachte Alternativkonzepte. Wir wissen ja, nach dem Reaktorunglück von Fukushima in Japan, da entschloss sich unsere Klimakanzlerin zur fälligen Umkehr ihrer bisherigen Einstellung gegenüber Kernkraftwerken mit dem Resultat, dass Ende 2022 das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz gehen muss. Jetzt liegt der Fokus ganz auf erneuerbaren Energieträgern, also Wind, Sonne, Biogas und so weiter. Und damit soll es in Zukunft dann auch funktionieren. 60 bis 80 Gigawatt Grundlast sollen damit also kein Problem mehr sein. Wenn wir nur die ganze Landschaft mit Windanlagen und Solarfeldern zupflastern. Das ist in der Theorie ja ganz nett. In der Praxis der absolute Versorgungsalptraum. Kein Wind, keine Sonne, also ein Zustand, den wir ja gerade im Winter recht oft haben. Und wir sitzen ohne zusätzliche Kraftwerke, sprichwörtlich im Dunkeln. Jetzt haben wir bald keinen Strom mehr von Kernkraftwerken. Und dann sollen auch noch die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, damit das Weltklima errettet werde. Böse Kohle, böses Kohlenstoffdioxid, weg damit. Das Problem ist, es gibt nirgendwo auch nur ansatzweise ein funktionierendes und durchdachtes Energiekonzept, das für den Industriestandort Deutschland geeignet wäre. Aber hunderttausende Menschen rennen auf die Straßen und verlangen eine Energiewende, die von unabhängigen Experten einfach nur als energiepolitischer Wahnsinn beschrieben wird. Mit Ansage in die Katastrophe. Und wir schreien sogar noch Hurra dabei. Ich check's nicht, ich versteh's nicht. Und noch etwas, was bei uns so ziemlich einmalig ist. Während also auf der ganzen Welt die Menschen gegen die Maßnahmen ihrer Regierungen auf die Straßen gehen, um dagegen zu protestieren, schreien hier die Leute, lasst uns mehr Geld zahlen für Strom und Verkehr, lasst uns noch weniger Geld von unserem Lohn übrig, wir haben noch nicht genug Abgaben. In welchem Land und zu welcher Zeit sind die Menschen auf die Straße gegangen, um für noch mehr Abgaben zu protestieren? Wann ist das denn jemals vorher passiert? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, und das Thema Berliner Flughafen oder Stuttgarter Bahnhof, da wollte ich eigentlich auch was sagen, weil diese brachiale Inkompetenz wirklich ein Alleinstellungsmerkmal zu sein scheint. Aber zu zehn Jahren Verspätung und diesem Fass ohne Boden für unsere Steuergeldern kann ich einfach keine Worte mehr finden. Der Drops ist gelutscht. Ich habe fertig mit Stuttgart 21 und Willy-Brandt-Flughafen. Ich habe fertig. Aber ein Thema, was ich seit ein paar Jahren wirklich intensiv erfolge, ist eine medizinische Revolution, die wirklich viele Länder mit unglaublichem Erfolg erobert mittlerweile. Die Rede ist von einer uralten Kulturpflanze, die jetzt nach 80 Jahren Verdammung zurück ins Bewusstsein der Menschen kommt. Ich spreche von Cannabis als Medizin. Und in den USA und in Kanada gab es in den letzten Jahren ein wirklich großes Umdenken bei diesem Thema. Und wer sich einmal den Film Weed the People anschaut, der wird verstehen, warum das so ist. Also eine Erweiterung des berühmten Beginns der US-Verfassung Weed the People. Statt Wir das Volk heißt es jetzt sinngemäß Gras für das Volk. Und in diesem Film kommen nur Ärzte und Therapeuten zu Wort, die zusammen mit ihren Patienten von ihren Erfahrungen im Umgang mit Cannabis als Medizin berichten. Dieser Film geht richtig unter die Haut und zeigt, was für ein unglaubliches Potenzial in dieser Pflanze steckt. Man spricht dort überall vom grünen Goldrausch. Da ist eine ganz neue Industrie am Entstehen mit Arbeitsplätzen und Perspektiven ohne Ende. Da steckt für viele Menschen so viel Hoffnung in diesem Thema. Und was ist bei uns? Als 2017 für Ärzte die Möglichkeit geschaffen wurde, Cannabis als Medikament zu verschreiben, da dachten viele schon, wow, jetzt endlich. Doch die Realität sieht leider anders aus. Versorgungsengpässe, bürokratische Hürden. Man muss eigentlich schon den Kopf unterm Arm tragen, um überhaupt ein Rezept zu bekommen. Und viele Ärzte haben Angst, es zu verschreiben, weil sie um ihren Ruf fürchten. Es ist ein Desaster. Und nicht einmal die Grünen, die ja sonst gerne für die Legalisierung eingetreten sind, scheint das groß zu stören. Wir verschlafen die entscheidende Revolution in Sachen Medizin und niemand im Reichstag juckt es offensichtlich. Dafür gönnen wir uns dann aber das zweitgrößte Parlament auf der Welt direkt nach China. Okay? Ist ja auch eine Leistung. Und jetzt soll es sogar noch größer werden, das Parlament. Was gibt es denn noch, was bei uns anders abläuft? Einiges. Warum dürfen zum Beispiel Jugendliche bei uns ab 18 erst rauchen, aber mit 16 sich schon ins Koma saufen? Wieso gibt es eigentlich bei uns mehr Zigarettenautomaten als in anderen Ländern? Wieso ist die Bundeswehr trotz dieses riesigen Budgets nicht in der Lage, eine vernünftige Ausrüstung aufzustellen? Wieso sollen wir da eigentlich noch mehr Geld reinstecken? Okay, zugegeben, das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, das aufgerüstet wird. Das passiert überall. Aber wieso kann sich nicht mal die Regierung auf die Flugbereitschaft der Bundeswehr verlassen, ohne zum Gespött der Welt zu wirken? Wieso wird unsere Verteidigungsministerin im NATO-Rat nur milde belächelt, wenn sie einen Vorschlag für eine Sicherheitszone in Nordsyrien macht? Werden wir überhaupt noch ernst genommen? Also, ganz ehrlich, es gibt noch einiges, was mir einfallen würde, aber ich möchte zum Schluss noch auf etwas aufmerksam machen, was mich echt seit Langem beschäftigt. Und zwar ist es, warum ist die deutsche Regierungschefin eigentlich die einzige auf der Welt, die zur eigenen Nationalhymne sitzt und nicht wie alle anderen auch steht? Wieso zittert Angela Merkel am ganzen Leib, wenn sie die eigene Hymne hört und auch nur bei der deutschen Hymne? Wieso bekommt sie schon fast einen Anfall, wenn sie am Abend einer gewonnenen Bundestagswahl eine kleine Deutschlandflagge sieht? Wieso kann sie diese Flagge nicht einmal richtig anschauen, wenn sie sie von der Bühne entfernt? Mit welchen Geistern hat die in ihrem Innern eigentlich zu kämpfen und was treibt die zu solchen Handlungen? Ich verstehe das nicht. Und ganz ehrlich, ist ihr Zustand nicht auch symbolisch für dieses ganze Land? Über dem, so scheint mir, liegt nämlich eine graue, schwere und staubige Decke. Keine Innovationen, keine Impulse, eine zerrissene und in meinen Augen tief gespaltene Bevölkerung versucht irgendwie zurecht zu kommen und es ertrinkt in einem Meer aus Problemen, die ja irgendwie jede Woche noch größer werden. Ich lasse es jetzt mal über Wohnungsmieten und Immobilienpreise etwas zu sagen, sonst platzt mir noch eine Halsader hier. Das sind Fragen über Fragen, auf die ich so gerne Antworten hätte. Und ich werde auch weiter nach diesen Antworten suchen, weil, ja ganz ehrlich, weil einfach nur den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würde das alles nicht passieren, das kann schließlich auch keine Lösung sein, oder? Wie ist also die Antwort auf die Frage, ob sich Deutschland wirklich selber abschafft? Ich habe sie für mich beantwortet. Die Frage ist nur, könnt ihr das auch? Vielen Dank. Vielen Dank.